Aufnahme ist Antua, Alter. Und das war die Ansage. Nadirisch, doch? Eeeh ne! Doch! Nein! Ohne ist mein Geil! Ist mein Geil! Egal! Ist mein Geil! Egal! De Fidler Antua! Nicht die Hitler, sondern Fidler. Fiddle Sticks, ja? Ja, Strike Nummer 1. STRIKE! Nummer 1. STRIKE! STRIKE! Vielleicht soll ich die Senses etwas hoch machen, weil sonst hört man das immer im Video so klimper, klimper, klimper! Die Aufnahme ist ja eh jetzt schon versaut. Das ist krank, aber am Fenster vorbeigefahren. Das ist doch geil! Am offenen Fenster ist erstmal krank, aber vorbeigefahren. Was macht der? Ne zurückgehe! Ne zurückgehe! Dipp! Der holt sich nen Pokal! Macht er nicht! Doch, guck's an! Ich weiß, dass er's gemacht hat. So abpacken wie eh hang kann ich ja. Meins? Da geht's jetzt weg nicht! Ich wollte krass sagen! Ich wollte krass sagen! Ich wollte krass sagen! Ich wollte krass sagen! Gott, ich war knapp! Ja! Sind da im Moment nett? Sind das nicht die Kabel, wo du die Bildschirme damit ausschließen tust? Keine Ahnung, wie viele Bildschirme kannst du an dem anschließen! Drei! Bin ich cool! Mit nem Fiddler wieder im Channel! Mit nem Fiddler wieder im Channel! Ich hab ein bisschen gezittert in meiner Hand! Mein Arm zittern! Ich verliere ins Bewusstsein! Ja, klar! Er ist da nur noch am PC so! Flo! 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 Ich glaub das schläft! RIP. RIP. E-G-WIP Ich bin guter Ange, ich bin so guter Ange! Ich glaub das... TIP! 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 Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Der macht mich kaputt! Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst DIP 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 DEP DIP 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 DEP DIP 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 Was tut der denn jetzt schon Kai, don Changle? Da braucht ihr ne Scheiß net da ehehau Ich verbammel mich an den Ratur, aber das ist mir egal Der ist schon in der Mitte, ja Wer dann? Der Zacko Dago Es war klar gewesen, dass er dich jetzt schon Kai und don Changle Da hat noch keiner gehabt Na dann ist er da Oh Alter was ist denn der Ding da? Scheiß Clowns Figur Der will für Unterhaltung sorgen Ja und er fühlt sich witzig oder was? Weil er der Ding da spawntet Piff hat's gemacht Irgendwie finde ich immer noch das Zix ein Talibaner ist der schmeißt mit Bomben Jaa Mit so einem neue Skin mit dem Zaubermeister Cutsix oder sowas Cutsix genau Cutsix Der sieht aus wie Taliban der hat nen Bart The coin for life der ist auf par Echt? Ja Der steht auch am Dings und was weiß ich nicht Schild zur Basis Ich hab schon jemand gemobbt weil ich ihn in 2 Minuten gefickt hab GG Coin of life wieso ist der auf k Da steht Da steht beide Dings rum Da steht am Tower rum Wollt ihr wissen dass der jetzt auf k heißt? Weil er nix macht Vielleicht holt er sich ja nur was zu trinken Oder holt sich ja nur was zu trinken Oder holt sich ja nur noch Oder holt sich ja nur noch Weischt das? Ne Uäh 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 Jetzt kann ich's auf all langsame Ich geb's halt auf all langsame Ich hab hier wirklich gescheiten Lastsits bekommen Ja Bisch hier aber auch schlecht Bisch halt blöd Uäh 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 Nix Tyaa Die klinken sich die holo Action Du див bist ja perfekt Nix Jaja Guck mal auf die Karte Die ist oben Selterstaan RC Wenn du genau hier guckst Ja Ich muss mal unbedingt noch Chugga holen Einfach als Chugga Ich glaube jetzt einfach Base Diese paar Goldstücke, die kann ich jetzt warten bis ich einen übergroßen Stab hab Ja, vier, drei, zwei, eins, danke Ich hab schon dieses Teammat Nee, der ist nicht AFK Okay, jetzt nimm ich Nee, ich soll nicht Heftig Oh, sie wollen mich zu zweit rippen, so ist das Sie wollen die Ribbon zu zweit rippen, aha Die Ribbon mich weg Dann darf man es hinkriechen Doch, eigentlich schon Der Buschmensch hockt schon im Busch Für Chugga ist es gut sich einfaches Stundenglas zu holen Der Motherfucker Mit seiner AD-Technik Guckuck Du bist trotzdem im Busch Mein Blue ist ab Oh, oh What's up mit mein Blue? Blue Was ist der hieß auf der Bot, gell? Chugga kommt, Chugga kommt, Chugga kommt, Chugga kommt Chugga kommt Nein Nein Neue Flasche ist schon mal raus Oh weh, oh weh, oh weh, ob ich denn der Blue noch kriege, ob ich denn der Blue noch kriege, ob ich denn der Blue noch kriege Bei mir Jawohl Naja, zum Glück ist der Typ aufgegangen Sogar der ähle Typ ist noch aufgegangen Ja, Chugga und äh der ah! Was war das Bad? Chugga und Master i Weißt nicht, du hast schon irgendjemand in den Eck gekriegt Ne, weil ich sauber auf die Ultige geschmissen hab wie dem Bronzefecker Flo, wie sieht sie mit dem Leben aus? Na gut, ich könnte ihn, muss ich nur, komme. Okay, ich bin unterwegs. Ich habe zwar noch kein Ulti, aber ich konnte das Low und konnte die Kreia schmeißen und das ist äh, Dingsa, Silence. Silence! I killed you. Und hier nur, ich komme von dort. Bist du bereit? Ja, ja. Boah. Jetzt sind sie schon weg, Scheiße. Oder? Ne, doch nicht. Ja, komm! Wenn du kriegst, also, also! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Geh, geh. Huache! Du mir fotz! Oh, komm, Alter. Wäschel kriegen sie wieder allein, ich zieh. Du brauchst ja wieder Hilfe. Was ist denn das? Das ist doch ein Silberspiel. Er braucht ja Hilfe von dem... Oh, komm, ey. Pränker ist ein Silberspieler. Merk's schon wieder. Ja. Silberspiel. Merkt man, da kommt was. Ja. Man merkt, dass er Silberspieler ist, weil, die brauchen immer Hilfe. Wann schon kriegen sie nicht ihr fucking Feed, die Huren-Söhne. Man merkt's wieder, ja, ja. Perfekt. Und ich hab alles auf Band. Genau wie immer. Wenn er alles in den Weg geht, wenn er alles in die Fresse feedet kriegt. Ihr werdet alles in die Fresse. Ganz ehrlich. Geh doch weg, Patrick! Samo, was hinschen? Du die ganze Zeit nicht mehr hinterher. Ich wollt nur weg. Ich muss doch aber mein Kollege auch noch helfen können. Nee, der Support muss im ATC helfen, nicht der ATC im Support. Oh, jetzt hat er ihn hier schon wieder ergriffen. Oh, jetzt hat er ihn hier schon wieder ergriffen. Bist euch. Oh, der Kreh-Macher hat aber damage, ne? Ich weiß. Normalerweise wärs gut, die aufzuleveler, aber die W ist halt am besten. Ja, jetzt war er wieder im Busch. Jetzt krieg er aber wieder die Gotzen. Oh, da sind sie drin. Ah, nee, du ist im Schockersäuge getötet drin. Ja. Ist es jetzt weg? Ist es weg. Da ist doch schon wieder so ein Teil! Wo? Da, um in der Zwischen-Minions hat er ins Gestand. Ah, nee, da steht noch überhaupt. Naja, vom Tratsch. Okay, Trash ist wieder durch. Ja, bist du jetzt cool, bist du jetzt cool? Wann er zu zweit auf der Top-Lines waren? Achso, wollen wir da schon Tracking machen? Ja, ich bin da! Ich bin da! Ja, klar! Nein! 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 Ich bin da so blöd, ganz ehrlich! Ja, Chaco? Ja! Ich hab gedacht, ich steh genau hier im Bus und hab genau drauf visiert und hab mein Ding angegriffen, mein Wort und ich hab dann einfach nur noch Q geschmissen. Denk schon. Der will da aber Trauer sein. STIRB! Du kannst den... Okay, du kannst den Geld, ich warte, ich komm, ich komm, warte, 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 bis dann geht. Ich glaub der Trash hatte verzögert die Verbindung. Jetzt. Engage, voll. Okay, warte. Okay, wir haben einen Flash bekommen, egal, ist gut. Bist du jetzt grad auf der Top gewesen, in der Stadt gegangen? Sorry, ich hab grad Boot geholfen, weil bei denen war's grad brenzlig. Ich kriege Dings eigentlich, die Fatze von Wayne, aber wenn du dann Rengar noch mit dabei bist, dann kann ich nix machen. Als ob, als ob, als ob, als ob, als ob. SS Mitte. Ich glaub bei ner TP raus, wer ist das? Rengar. Rengar. Dann kommt mir irgendwie die Aufstellung ziemlich suspekt vor, was die du alles so haben. Genau, gewiss. Okay. Dann doch der Flash. Da ist dann mit dem... ... 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 ja komm mal da war fast von den wichs kinder von chaco gehen wir so langsam auf den keks die wichser mann warum will denn da jetzt ein level wissen der ist bestimmt bei mir im jungle 100 pro der türmisch abweg toll meine fresse sind sie zu weit auf der top lane so fast ekelhaftes ja wäsche kriegen sie wieder ins gesicht gefickt müssen sie wieder zu zweit kommen die kleine bastarde ich glaube ich bin der jacks nehmen da hätte ich glaube ich mehr chance gehe schlug hat es genau bis auf tank bilder aber wer soll wissen dass schlug kommt umdreht geht auch nicht umdreht oder bin ich blöd oder bin ich blöd jetzt habe ich die krege es gilt anstatt des low die linke schlugt schlugt Als ob! Als ob, wie long warnt! Oh komm, Alter. Geht's nicht, Marken! Ich hab keine Chance gemacht, ey! Wie long war dann der bitte? Unsichtbar! Jo, wieder acht Jo, weh's doch! Sieh's doch wieder! Kann man mit Rune Unsichtbarkeit fahren wir länger? Nee, ne? Was? Da Chaco, Alter, der kriegt nixi! Der muss nur unsichtbar durch die Gegend drinnen! Acht Jo! Gibt's nicht sowas! Mh, ist halt so eine Agility, aber trotzdem, der ist ewig unsichtbar! Jo! Lappen! Wer nix! Lappen! Ich geh schon mal auf Rabatons! Komm! So ein Lappen-Boy, ey! Chaco geht ja auf Adi, ne? Ja, Chaco geht auf Adi! Ähm, mit auf meine schlissigen Art, mit auf AP, mein ich, aber... Das... 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 War ja klar, was gemein ist! Das ist das... Das ist das... Das ist das... Da ist bestimmt wieder Chaco und dann werden wir mal von dem Welt gewirbt! Als ob ich's gewiss nicht! Als ob ich's gewiss nicht! Als ob ich's gewiss nicht! Ich weiß... Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Ach, das ist ja nicht normal! Hast du die Ulti aktiviert? Neck mich doch mal! Neck mich doch mal! Ne... Ulti ist das Großschwert! Das war ja das Rannägerst! Achja, stimmt ja! Ja, ich hab's... Geht mir so auf die Eier, ne? Ja... Vorsicht, Chaco! Ich kenn's nur den Kumpel wieder weg! Na, nein, so... Superflo... Pfff! Kleiner Wichser von Schatoll! Habe ich keiner wendet, sonst helfe ich mit meinem Silence! Rengar, Rengar! Warte, warte! Ah, okay! Okay, will mich! Pass auf, der wird gleich kommen! Nein, doch nicht, ist bei euch! Fick dich, du Wichser! Leute, jetzt hätte ein Geldchen sofort eine Wehe an, wenn er rauskommt bei dir, Flo! Jop! Pfff! Ah, fack! Jetzt bin ich gefickt! Fack! Ich komm in die Mitte! Scheiße! Harschauber! Locker! Ich wollt gerade noch dazu! Ich hab den Mark geschluckt, das ist eigentlich ganz okay! Ich hab den Mark geschluckt, das ist nicht so schlimm! Ich hab nur... Ich bin auf dem Mark geschluckt! 4! Oder so! Ja gut, ich mach! Ja, ist okay! Ist egal, das ist egal! Hast du eine F-F-Extra gemacht, du Sau! Naja, wenn ich nicht... Genn zurück.. F*** ... abroad line... Ah nein, warte schon, komm mal, geh gleich hin Ja komm, dann Wir sind jetzt eigentlich schon Trash, also der freut sich vor zurück Geht jetzt ein bisschen fristig Wenn die sowieso alles AD lassen Dann machst du hier Crit Rush Hast du gesehen wieviel ich im Chacon Damage gemacht hab mit meiner Ulti oder war das auch eine Ulti? Ja, das war der Ulti, das mit dem Krieger Ja, ja, mit dem Krieger außerherum Kurz, wenn wir uns eine zweite Dragon holen, wie wärs? Guck, ich komm auch noch, alles verteidigen, falls noch ein Mixer kommt Ja, okay, gut Ja, da ist schon ein Chacker Wasserstackung Ja, klar Trotzdem ist er Ja, komm noch, komm noch, komm noch Das ist der Richtige mit Rock, nice Ich dachte, das ist nicht Ja, boah Alter, der ist da in vorne, ey, der räumt ab hier Wie geil Wie geil Ey, das ist da in vorne, ey, ganz klar, dass ich das nochmal eingepasst hab mit der Lache noch, ey Welches war das witzig zu machen Ne, und ich hab dann die Triple Kill sogar noch vorgelegt mit dem Wind Schnitt Ja, ne, nur du, ich hab mal kreert zwischen den Dingen gefeuert noch Ich mach ja auch nochmal Mods damit Ich hab einfach nur geguckt, dass ich da nie nochmal an die scheiß Ulti-Range kriege, weil er ja gecute hat Das ist nochmal ja agel, ne Aber die Lache, die war genial, die war richtig genital Ja, die war unbezahlbar, weil Ah, ist kalt ausgedacht Talibana räumt ab Ist wie bei der Kirmes Du schmeißt Bälle in, Talibana räusst Bomben Ich bin jetzt nicht mehr drin, ihr solltet jetzt nicht unbedingt grad fighten Boah, ich komm weg, ich komm weg, ich komm, ich bin weg So, als könnten wir dann auch mal auf dem Sonja spillen, ist ne gute Idee Boah, der war einfach rieser Ich geh mal in den Jungle, tschüss 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 Witz Meins war's Oh, der Set, komm Chaco, komm, Chaco, komm, Chaco, Chaco Chaco, Chaco, Chaco Oh, 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 oh Nice Danke Komm, dann kriegt er ja wohl Komm Komm Dann muss ich erst mit Bällen werfen Ah, da ist jetzt wieder unzuschbar Ah, da ist da vorne, nein, da grüben nimm ich Sicher? Aber das Ja, du Ernst Wie weit kannst du deine Müll werfen? Das kennst ja gar nicht Wie geil Ich hab gefragt, ob du dir sicher bist Ja, als ob Als ob, wie das Ding fliegt Ja, sei es nicht, ja Sei es nicht, er will Baron machen Nee, Alter, das fliegt ja nie, oder? Nee, wir können zu Baron Ich geh nämlich jetzt back Ich mach doch kein Baron, wie sieh's denn aus Obwohl, nee, schon mal noch ein paar Farmen Ich weiß, dass ich da um die Tür stehen Ey, diese Bombe, ey, die ist Fischbar Oder ich geh zum Taliban, oder? Nee, ich bleib Ich geh zum Taliban, oder? Wieso, wenn ich dich noch an der Stelle nenne? Wieso, wenn ich dich noch an der Stelle nenne? Alter, der bombt alles weg Das ist nicht normal Naja, und das mit Schneeball Wieso, wenn ich eine Kraft aufbringen kann, nicht Schneeball Zu GTA, Laik, weißt du Du schmeißt ja nicht immer Schneeballer und du kommst in der Fall um Ja, ja, in GTA Ja, ich cheat dann, ja GTA ist ja sowieso die beste Action Das ist ja der Floppern Schneeballer, Schneeballer Soll ich, soll ich kommen, soll ich kommen, soll ich kommen Komm dazu, ich komm dazu, wenn er abhauen will Nischt jetzt, ja nischt Da, putz Kleiner Spagot, der hat gewinnt Wir sind deine Idee Wir müssen auf die Top-Line, wir müssen auf die Top-Line rotieren Mastery, ihr könnt uns richtig reinpushen Die Top-Line? No! Oh, ok Toll Ich komm mit der Ulti nennen, ich komm mit der Ulti nennen Ja, wenn dann richtig, ne? Ach, hallo, Mastery Alter macht ihr mich schon Ok, ich hab nur wenigstens noch das gemacht Hatte gar nicht, warum er kommt Jetzt bin ich aber immer back Aber der, wie gesagt, war aus dem Floor, dass man bei mir wirklich immer geschafft hat Wer, werf mir Schneeballer und dann guck mich da unten Echt, was? Das hat er doch bei mir auch schon geprunkt, dass er mich mit dem Schneeball zugrunde gemacht hat Ich fand das sowieso lustig Witzig Ich darf nicht die Mode fahren Ich hoffe Ich habe Trauer Ich hoffe Ich mach schon 263, äh, 263, schade Also, was ist schade, ich hab schon 236 Neee, muss noch nicht weg, komm weiter Weiter, weiter pushen Wenn du ne ZZ mache, der kann dich aus, Ripper, weil dann hat er mich Was ist'n du, wer, oder was ist auf der Bot-Lane, der Shago Schago ist auf der Bot-Lane Schago Er tut Splitt, pu-pu-pu-pushen Lieb nochmal, ich bin nochmal, ich bin nochmal, ich bin nochmal, ich bin nochmal Du, 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 du Ich bin nochmal, ich bin nochmal, ich bin nochmal Geh, geh Geh, komm her, Schago Komm her, Schago Dann komm her Oh, da hast du das ist nicht überlebt aber die mini läuft die will ich jetzt noch platt ich hab's aber grandios noch überlebt mit dem leistin natürlich Oh, das hört super gut an. Oh, komm mal her, du. Oh, komm mal her! Oh, geil! Oh, ja. So geil! Okay, jetzt noch mal b-b-b-back in der Hut. Komm, die in der Rift. Everybody says it about the bird. The bird is the bird. Das hört sich komisch an. Ja. Ja! Das ist das Mausklicken. Das Mausklicken vom Floor, aber trotzdem. Oh, ohne mich? Habe ich das erlaubt? Ja. Okay. Go, go, rein! GG! Oh, guck mich nicht. Rein in die Suppe! Ich bin immer noch gut drauf. Obwohl ich am Anfang so rumgeschrie hab. Und hab HURRA! Geschrie. Weil der Wayne. Apropos Wayne, wo ist denn sie? Die hat einen DC. Weil die habe ich schon ewig nicht gesehen. Ha, das hat sich geräumt. Da ist er doch! Oh! Nooo! Du, Bam! Jetzt willst du auch noch, he? Sag mal, was ist denn? Hallo, ich will auch noch was machen! Du, Bam! Alter, ich taue auf dich einfach! Weischen! Nein! Das war natürlich geplant gewesen. Jetzt du mal den Tower durchpush. Ajo! Ajo! Ja, jetzt geh ich harder. Ajo! Wir tun ja trotzdem. Push, 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 push! He? Oder? Ja, genau. Rennen einfach in die Bombe. Soll ich, soll ich? Soll ich nicht? Ich habe Ulti. Soll ich nicht? Mach den Tower, mach den Tower, mach den Tower! Komm raus! Pff! Ich dachte, das ist eine Richtigste! Du hast den Damage gefressen, durch den Oli und solche Dinge. Das war der Shadow. Das war der Shadow. Der Shadow hat immer mehr, äh, hat immer weniger Resistance. Achso, aber trotzdem, what the fuck? Also quasi das Double. Ja, ja, klar. Oh, ich will schon mal den Zug gerne holen. Kann man ihr Red holen, ne? Ja, ich brauche kein Red. Oh, Leute, guck dir diese. Hast du diese Bombe gesehen? Die war schäbend. Warte, ich... Warte, ich... Du noch was nimmst, Werbler. Muss sowieso kurz back. Weil ich muss mir jetzt mein Item noch holen. Okay, mach das. Die Top-Lane ist gefährdet. Ich geh mal Top-Lane... Aaaaah! Was ist denn so in der Mitte? So geh ich jetzt nicht hin. Aber ich? Okay. Ja, ich mach den weg da, Leute. Der Bock nah! Ich... ... ... Ich will da eigentlich von der helfe. Und was nachher? Mach du mir gerade über die Dings geglaubt? Kommt in die Mitte! Kommt in die Mitte! Kommt in die Mitte! Kommt in die Mitte! Wir können finishen! Die Towers sind down! Hab ich denn ne wirklich bekommen? Was hast du ja bekommen? Ich hab immer noch 3 Kills da umgegeben Ach guck mal da! Rengar! Hi! Ok der frisst Schade! Ja! Ja der frisst Schade! Warum? Ah nur so! Denn wir leben es halt mal wie Eintagsfliegen Kaput! Ich saa... Oh was ist hier? Ich glaub es ist ja nass Ok Master Hi macht immer Stress! Ach guck mal da! Ja trotzdem Sonja Egal das haben wir trotzdem... Ja echt nie Entschuldigung! Ich wollte die Wellen angreifen! Ich bin auch nackt in die Mitte! Nicht vergessen nicht meine... Ok ok jajajaja ich wärs! Ok ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten LoL Game! Tschüss! 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 Tschüss!